So, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Auenbach. Genau, unsere neue Hofeinfahrt. Kann ich euch mal eben zeigen, wir hatten es ja in der letzten Folge angesprochen, dass wir mit dem Drescher einfach ein bisschen Probleme haben. Der steht ja jetzt dort außerhalb des Hofes, weil das mit dem Schneidwerkswagen und so weiter, das funktioniert nicht so richtig. Ich habe gelesen, ich soll einfach den kleinen Standard-Schneidwerkswagen nehmen, das werde ich auch nochmal probieren. Aber nichtsdestotrotz finde ich es nicht so schön, dass der hier draußen stehen muss. Und da habe ich mir gedacht, jetzt brauchst du hier hinten eine Einfahrt. Weil mir hat auch jemand den Tipp gegeben und da habe ich gedacht, Mensch, das ist echt super. So, das heißt, ich habe hier noch ein bisschen Dreck und Modder hingekippt, sodass man dann hier auch entsprechend langfahren kann. Das Gras kriege ich leider nicht mehr weg, weil es das Safe Game schon gibt. Da müsste ich ein paar Sachen umschreiben oder sowas. Da habe ich nicht so die Ahnung von. Deswegen, aber hier liegt ein bisschen Modder und das sollte schon funktionieren. So, ich habe hier die Bäume schon mal umgesägt und ja, folgendes ist passiert. Ich habe hier noch die Hecke weggenommen, ja, weil hier stand ja sonst eine Hecke. Und einen Baum habe ich hier noch hingestellt und da habe ich dann den Zaun rangenagelt. Weil der Zaun hatte sonst kein Ende. Das hat ohne diesen Balken aufgehört, ohne den Pfosten. Ja, habe ich ihn an den Baum rangenagelt. So ist das, glaube ich, ganz gut. So hat der Zaun auch einen Abschluss. Klar, ich hätte noch mal so einen Zaun nehmen können, umdrehen können, genau drauflegen. Dann hätte ich ein Ende gehabt. Aber ich fand das eigentlich gar nicht so schlecht. So, das heißt, ja, ich war auch schon beim Händler. Ich habe hier schon ordentlich was gemietet. Und zwar einmal den Joskin-Anhänger, den Hacker und ja, jetzt können wir loslegen. Der erste Anhänger ist schon voll, so gut wie. Das heißt, den bringen wir jetzt schon mal ins Lager. Und dann machen wir mal weiter hier. In der Hoffnung, dass nichts passiert. Wie immer. Ja, dann brauchen wir demnächst wieder die Stuppenfräse. Und wenn wir das alles weg haben hier, dann haben wir eine schöne neue Hofeinfahrt. Ist doch super. Da kommen wir dann nämlich auch mit großen Maschinen rauf. Mit hohen Maschinen, wenn es sein muss. Also von der Höhe sind wir dann auch nicht mehr begrenzt. Und ich glaube, dass das gar nicht so schlecht ist. An der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank für den Tippgeber. Ich wäre irgendwie gar nicht da drauf gekommen. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber, ich muss schon sagen, die neue Hofeinfahrt da hinten, das ist schon nicht schlecht. Hat er gut gemacht. Vielen Dank nochmal. Ja, die Hecke habe ich natürlich mit dem Editor weggenommen. Da habe ich die Map kurz im Editor aufgemacht. Hecke angeklickt, entfernen gedrückt, fertig. Naja, so einfach ist das. Dann die Map wieder neu packen. Und das war es auch schon. So habt ihr die Hecke dann ganz einfach weg. Also überhaupt kein Hexenwerk. Wenn sogar ich das kann, dann ist das gar nicht schwer. So, dann einmal auskippen hier in unser neues Lager. So, und dann hoffe ich endlich mal auf eine hohe Nachfrage-Fragschnitzel. Und jetzt haben wir dann doch so einiges. Da hinten liegen ja auch noch ein bisschen was in dem Unterstand. Das müssen wir dann auch nochmal hierher bringen. Aber das ist jetzt mittlerweile dann schon einiges, ne? Eben auch nochmal 40.000 hier rein. Läuft. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir nichts kaputt machen. Ah ja, 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 ja. Hier geht das wieder los mit den Bäumen hier. Ah. Ja, aber was wird zu machen, ne? Wer eine neue Hofeinfahrt will, beziehungsweise braucht oder haben möchte oder wie auch immer, der muss halt Hand anlegen, ne? In dem Fall ist es halt die Kettensäge. Ja, und danach, das soll ja nicht so kahl dann bleiben hier, ne? Also, da hatten wir uns ja auch drauf geeinigt, dass wenn ich so viele Bäume teilweise hier dann auch abnehme, ähm, dass wir dann auch noch neue pflanzen werden, ne? Das werden wir dann natürlich auch noch machen. Da werden wir uns diese Baum-Sets-Maschine da ausleihen. Eine Palette mit Bäumen. Und da werden wir noch ein paar Bäume pflanzen. Ganz klar. So, dann stellen wir uns mal wieder hier schön hin. So. Handbremse anziehen. Dann schauen wir mal, dass wir mit dem Hacker noch ein Stück wieder ranfahren hier. Ah, andersrum. Okay, mehr geht nicht. Passt. So, Handbremse anziehen. So, und jetzt, äh, schauen wir mal, dass wir hier wieder was gerissen kriegen. So. So, einmal. Auch den kriegt er vielleicht sogar ganz. Müssen wir mal gucken. So, Rundum-Leuchte an. Nicht vergessen. So, mal zu machen hier. Der ist aber wackelig, du. Mach mal ganz zu. So, jetzt ist ganz zu. Gott, oh Gott, oh Gott, ist der wackelig. Ah, ja, ja, der zappelt aber richtig vor Angst, du. So, das Ganze hier runter. Aufmachen. So, da der Kramer ja eine verstärkte Rückwand hat, was viele ja auch gar nicht wissen, ne. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Der hat ja eine verstärkte Rückwand. Das heißt, man kann das hier ganz einfach easygoing hinten anschieben. Ja. Der hat eine verstärkte Rückwand. Das macht ihm gar nichts. Die ist extra dafür, äh, konzipiert. Mhm. Ja. Ist aufpreispflichtig. Mhm. Ist nicht billig, aber, äh, praktisch. Mhm. Ja. Die hat er. So, jetzt gucken wir mal, ob er den langen hier auch kriegt. Äh, äh. Er hat übrigens auch verstärkte Federn. So, und, ähm, eine zappelige Poltergabel. Ey, die zappelt aber auch was weg. Nun, bleib drauf. Mann. Du musst nur bis zum Hacker kommen. Stell dir mal nicht so an hier. So, und, äh, die zappelige Poltergabel runter und dann hoch. Nicht verzagen, ähm, wir werden darüber nicht klagen. So, komm mal her hier. Einmal hoch mit dir. Äh, äh, siehste wohl. So, und jetzt langsam, langsam anschieben. Den Baumstamm in den Hacker. Ja. 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 Nicht, was einige da draußen schon wieder... Du kriegst... Ja, genau. Da. So, Nummer eins. Dann kriegst du hier noch einen Schnitt. Und dann müsstest du eigentlich schon fertig sein. Genau. Eins, zwei, okay. So, dann. Du bist auch viel zu lang. Du kriegst hier einen Schnitt. So. Dann hier noch einmal. Ach ja, dieses Geräusch. Als hätte ich es vermisst. Nicht. Sag mal. Du sollst... Ja, jetzt. Nee. Jetzt. So. Ich meine, äh, diese Bäume hier sind ja easy going, ne? Also, da... Das ist ja gar nichts. Wenn man jetzt sich aber mal hier so eine Birke da nimmt. Ja, viel Spaß, ey. Aber... Na, warte mal. Ich muss aber auch dazu sagen, ähm... Das ist nicht nur meine eigene Doofheit mit diesen Birken, sondern... Äh, die sind teilweise wirklich verpackt, ne? Ähm, die haben teilweise Gewichte. Da kannst du so ein... So ein ganz kleines Stück kriegst du nicht, ähm... Angehoben, ne? Da kämpft der nach vorne über. Und dann haben die ganz komische Kollisionen und... Und, und, und... Ja, weiß nicht. Also, diese Laubbäume sind irgendwie... Nicht so, äh, die wahre Freude. Okay, dann haben wir den. Und dann machen wir hier noch einmal. So. Jetzt, äh, können wir aber reinstapeln hier. Hey, du Witzker, Herr Kapitän. Oh, äh, Baumstuppen. Hey, du Witzker, Herr Kapitän. So, den haben wir. Guck, Rundumleuchte an und es... Kann nichts passieren. Hey, lass den drauf, Mann. Guck mal, ohne Rundumleuchte, wär da bestimmt, würden wir bestimmt nicht bis zum Hacker kommen. Na, jetzt aber schnell. Boah. Hat der den aber umgelegt, ja, du mein Lieber. Mein Lieber, Herr Gesangsverein. Mein Lieber, Herr Gesangsverein. Jetzt komm mal her, dass wir dich da... hochbuxiert kriegen. Like a boss, Digga. Hashtag YOLO. So, wie viel hat er? 53, da geht noch was. Jetzt wär natürlich der Radlader, wir haben einen großen Radlader. Wär jetzt natürlich geil mit der Poltergabel, ne? Dann können wir gleich mehrere nehmen. Aber am Ende verstopfen wir bloß noch der Hacker oder irgendwas. Ich will das mal gar nicht verschreien hier. Ich bin ganz froh, dass das hier noch nichts passiert ist. Also, eins nach dem anderen. Ich glaub, das ist einfach... Na, siehst du? Hacker kaputt, toll. Ich glaub, das ist einfach am besten, wenn wir das hier wirklich einen nach dem anderen machen. Sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So, einmal anschieben wieder. Der Tisch könnte ein bisschen länger sein, ne? Und das Förderband. Das Förderband ist ganz schön kurz. Also, der fördert teilweise die Bäume nicht ganz so schön. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich nutze das Ding um Gottes Willen nicht alltäglich hier. So, hoch mit dir. So, und langsam... Äh... Falsche Seite. So, und anschieben. So. Siehst du wohl. So, dann nehmen wir mal noch einen großen hier. Also, einen schweren irgendwie. Nehmen wir gleich den hier. Weil der Hänger ist dann nämlich gleich voll. Und ich weiß nicht... Oha. Oha, oha. Oha. Ich weiß nämlich nicht... Äh, nun bleibt doch mal stehen. Äh, wie viel der Hacker speichern kann. Zwischenspeichert. Wisst ihr das? Oder ob der einfach sich die Dinger da rein... Ach, guck mal. Ne, wir fahren erstmal weg, du. Der hat ja 92%. Äh, ich hab nämlich keinen Bock, dass mir die Hälfte verloren geht. Weißt du, wie ich mein? Dass der sich den ganzen Baum reinzieht. Am Ende aber nur 5000 speichert. Und der Rest ist halt, äh, ja. Im Jordan. Ne? Deswegen... Wir fahren mal lieber los. Ja, ich hab auch nur einen kleinen Anhänger gemietet. Das ist nur ein kleiner hier. Ja, hallo. Es muss ja auch mal was vorwärts gehen. Hallo. Hauptsache, die Felgen ordnen gelb hier überall. Das heißt, wir haben richtig kein Geld. Obwohl er recht hat. Nein. So schlecht sieht es ja gar nicht aus finanziell. Es läuft. So, was machen eigentlich die Tiere? Da, warte. Water. Die Schweine brauchen Wasser. Jo, sollen sie mal kriegen. Demnächst. Ist ja noch was drin. Ist ja nur, dass das demnächst. Ja. Das ist ja das Geile, wenn das so farblich hinterlegt ist. Oder unterlegt. Ne? So wie hier. Da sieht man dann beispielsweise, ja, Wasser wird demnächst knapp, weil es gelb ist. Und immer wenn es weiß ist, ist alles gut. Oh, Entschuldigung. Das heißt, den Chickens geht es gut. Den Hühnern, naja, warum auch nicht. Da liegen zwei Eier zum Abholen. Ja, den Schafen geht es gar nicht gut. Die produzieren erstmal gar nichts, weil, keine Ahnung. Vielleicht ist Wolle voll oder sowas. So, die Schweine produzieren auch mal gar nichts, weil, keine Ahnung warum. Und die Kühe produzieren auch nichts. Angeblich. Ja, wer weiß. Also, dass die Königs produzieren, wäre mir neu. Aber schauen wir mal. So, jetzt werden wir erstmal wieder zum Hacker zurück hier. Und zwar ganz geschwind. Guck mal, da ist der Helmut. Guten Morgen, Helmut. Wobei, 14.30 Uhr kann man auch schon mal... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss ja im Slalom fahren hier. Um 14.30 Uhr kann man, glaube ich, auch schon mal guten Tag sagen. Oder, ihr haltet es ganz einfach, so wie da, wo ich herkomme. Ihr sagt einfach, den ganzen Tag über Moin. Moin, Moin. Das geht auch. Da kann man auch sagen, Moin heißt auch so viel wie, wie geht's. Und, und sowas, ne? Also, da kannst du immer Moin sagen. Moin, Moin, Moin. Jo, Moin, ne? Jo, Moin. Ist so. So, komm her, hier. Du Rabauke. 92 hätten wir, also hatten wir Füllstand. Jetzt gucken wir mal, wie weit es jetzt gegangen wäre. Wie viel Füllstand wir jetzt haben dann im Joskin. So, erstmal abmachen hier. So. Verstärkte Rückwand des Kramers for the win. Das heißt, versteckte Rückwand nutzen wir jetzt. Und, schieben mal an hier. Na, noch ein Stück. Noch ein Stück. Ah, zieht er den. Jawohl, er zieht ihn. So. Na, guck. Äh, 14, 15, 16, 17. Also, da läuft noch einiges rein. Guck mal, wir hatten 92. Den hätten wir da niemals reingekriegt. Und da wären auch niemals. Wir können mal gucken, wie viel der Stamm jetzt hatte. Das würde mich auch mal interessieren. Das gucken wir mal eben noch. Guck mal, 11.000 für so einen kleinen Stamm. Ja. Also. Wie gesagt, in der nächsten Folge geht es weiter. Dann ist hier auch, gehe ich davon aus, dass wir das hier schaffen. Dann werden wir uns auch die Stuppenfräse holen. Dann werden wir das Ganze hier ein bisschen platt machen wieder. Und, dann holen wir uns auch die Baumsetzmaschine. Gucken wir mal an, wie das funktioniert. Weiß ich selber noch nicht. Müssen wir ausprobieren. Könnte vielleicht spannend werden. Ich weiß es nicht. Weil, ich habe das Ganze noch nie probiert. Also. Ich hoffe, dir hat die Folge Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Und über den Daumen würde ich mich natürlich wieder sehr freuen. Ja. Und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Also. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.